Hallo, damit herzlich willkommen zu einem weiteren LS22 Platinum Factsheet Video hier auf Gornhub. Ich grüße euch. Hallo. Factsheet 9, 11 und, äh Quatsch, 10, 11 und 12 stehen heute an. Nachdem ich euch ja gestern ein kleines Special Video mit reingeschallert habe, weil es ja ein paar, sagen wir mal, Probleme oder Gerüchte in dem Falle gab, gehen wir heute mal wieder im standardisierten Verfahren weiter. Neben den drei Factsheets gibt es noch eine kleine News von Giants, die ist jetzt aber nur winzig, die hängen wir halt wie immer mit hinten dran. Ansonsten gilt wie immer, wenn euch diese Art von Videos gefallen, ein Däumchen nach oben, kostet nix, pusht aber das Video und das ist ja bekanntermaßen eine schöne Sache. Deswegen herzlichen Schrank im Voraus. So, fangen wir an mit dem ersten Factsheet am heutigen Freitag hier. Da haben wir den Volvo BM LM841. Daran ist der Volvo BM Rock Bucket Spade Noise mit dran. Wir nennen es einfach mal eine Schaufel, fertig aus Mickey Maus. Der Radlader von Volvo selber kostet 40.000 Euro in der Anschaffung, hat 98 PS Leistung, hat ein Automatikgetriebe, 170 Liter Diesel, bei maximal 25 kmh Fahrtgeschwindigkeit und 9 Tonnen Eigengewicht. Ist jetzt nicht der schnellste, lädt sich eher dazu ein, das Ding auf dem Radlader, äh Quatsch, auf dem Radlader, auf den Tieflader zu hauen und das zur gewünschten Stelle zu transportieren. Die Schaufel ist so eine klassische Schaufel, wie wir sie kennen. 1500 kostet das Ding in der Anschaffung, hat 750 kg im Gewicht, ganze 1000 Liter passend in die Schaufel rein. Und wir können an sich eigentlich alles, was irgendwie an Feststoffen im Spiel zur Verfügung ist, damit auch laden. Alles, was Flüssigstoffe sind, natürlich nicht so weit, so klar, so schick, so schön. Hier im Ambiente, in dem Falle einfach die Steine irgendwo in Rock, also hier ein Steinfels zerkloppt und dann die Steine damit aufzuladen. So weit, so klar. Der zweite Factsheet haben wir dann hier, den Funzelt DWP186. Das ist eine Seilwinde, wie man sieht, die kostet 21.900 Euro in der Anschaffung, benötigt 80 PS Leistung, hat ein Eingewicht von 645 kg und 8,6 Tonnen ist dann hier wieder die Tragkraft oder Ziehkraft, je nachdem, was hinten mit dran geht. Also hinten die Seilwinde, da haben wir ja nun mehrere drin, da haben wir ja nun dementsprechend auch schon alles mit durchgekaut. Wir sehen, wir haben hier eine Winde selber, daraus können wir wieder mehrere Bäume dran machen, kennt man ja bereits so. Und es ist halt eine klassische Seilwinde, da gibt es jetzt nicht großartig viel drüber zu erzählen. Die werden größtenteils alle gleich funktionieren, also zum Beispiel das Ding, was wir beim letzten Mal hatten, was die Krallen oben noch dran hatte. Ansonsten ist es halt eine Seilwinde, herzlichen Glückwunsch dazu. Und dann haben wir noch den dritten Factsheet, das ist der Impax Hannibal T50. Das ist ein Baumcutter, also im Endeffekt ein Harvester in dem Falle. Den hatten wir uns ja gestern am Donnerstag schon in der Giants News-Seite in der Übersicht mal angeschaut. Hier haben wir halt das Ding jetzt dementsprechend in Action. 750.000 Euro kostet das Ding in der Anschaffung, das ist gar nicht mal so wenig und dürfte damit, wenn mich nicht alles täuscht, der teuerste Harvester sein, also Baumfäller sein, den es da jetzt aktuell im Spiel gibt. 320 PS Leistung, Automatikgetriebe, 460 Liter Diesel, eine Maximalgeschwindigkeit, halten Sie sich fest, von 8 kmh. Also das Ding definitiv nur mit dem Tieflader irgendwo hin. 50,1 Tonnen Eigengewicht und wie gesagt Baumdurchmesser von maximal 120 cm. Damit ist er aber auch in der Lage, selbst die dicksten oder mit dickeren Bäume zu fällen. Bei den anderen war das durchaus weniger. Ich glaube 60, 80, 70 hat man das gesehen. Ich weiß es jetzt auf die Schnelle gerne mehr. Aber der ist dann wohl für die ganz großen Dinger. Und wir sehen ja auch neben dem Special, dass der dickere Baumstämme mit fällen kann, haben wir auch obendran noch so eine komplette Halterung. Das heißt, der sägt das Ding unten ab. Und oben halten wir den Baum gleichzeitig auch noch fest, sodass uns das Ding nicht irgendwo ins Jenseits halt schwebt. Und man sieht ja auch noch, die Kabine lässt sich scheinbar auch noch ein Stückchen mit hochfahren. Das Ganze auch hier Niveau-Regulierungstechnisch. Man sieht ja, die Ketten sind so auf den Hang. Also ich weiß, die sind schräg. Die Kabine ist aber gerade. Also das Ding wird wohl ein paar Special Features zu bieten haben. Und das ist doch schon mal ganz niedlich, beziehungsweise ganz nett. Wie gesagt, für Forstleute ja sowieso ein Träumchen. Damit sind wir bei den drei Factsheets jetzt auch schon durch. So viel Aufregendes gab es nicht. Gucken wir uns mal kurz noch die News an, die Giants gestern nochmal extra veröffentlicht hat. So, da sind wir auch schon wieder auf der Newsseite von Giants. Und es wurde einfach veröffentlicht, dass der Porsche Diesel Junior 108 jetzt erhältlich ist. Wir haben ja gestern im Zuge der zwei geleakten Fahrzeuge in SteamDB reingeschaut. Und da habt ihr ja auch schon gesehen, da habe ich ja auch draufgeklickt. Da war der Porsche Diesel Junior schon als DLC mit eingetragen. Deswegen sollte das jetzt eigentlich großartig keine Verwunderung haben. Weil ich die Kommentare schon vor mir sehe, erkläre ich das mal ganz kurz. Dieser Porsche Diesel Junior 108 gab es damals exklusiv in einem Revell Zusammenbauset. Also Revell ist ja diese Modellbastelei mit diesen Plastikdingern. Und zack, dieses Easy One Click oder halt noch mit Leim, whatever. Für Modellbauer halt in dem Falle. Und da gab es damals zum Release oder kurz nach Release vom 22. November letztes Jahr, Oktober, November letztes Jahr, gab es dann diese Box für 25 Euro. Und da war halt der Code drin. Und dann konnte man den im Ingame-Modhub eingeben, freischalten und hatte den dann mit dabei. Der ist jetzt im Endeffekt frei. Was heißt frei? Er ist frei verkäuflich. Giants hatten jetzt in ihren DLC-Shop hier mit eingefügt. Das Ding kostet 99 Cent, ist damit in der Regel genauso teuer wie die meisten Inhalte aus den DLCs. Wenn man es runterrechnet, ist es zwischen 70 und 90 Cent oder eher gesagt noch ein bisschen teurer. Aber bewegt sich das Ganze ja je nach Ausmaß. Ich habe einen Link euch in der Videobeschreibung geballert. Und da ich die Kommentare jetzt auch schon vor mir sehe. Ja, ich weiß auch, dass dieser Traktor seit letztes Jahr November, also sprich seitdem das Ding rauskam, auch im Internet frei zum Download rumgeistert. Ich weiß aber auch, dass Giants damals relativ viel dagegen unternommen hat, weil das Ding ja exklusiv war und bla und hier und ihre Urheberrechte dann verletzt. Das Ding gibt es logischerweise immer noch auf diversen Mod-Claw-Seiten, die im Ausland sitzen, ist klar. Müsst ihr selber entscheiden. Wenn ihr das Ding unbedingt haben wollt, 99 Fänge, ganz ehrlich, was sind schon 99 Fänge? Könnt ihr dafür ausgeben. Das andere heiße ich nicht gut. Ich kann es euch aber auch nicht verbieten. Aber nur, um schon mal die Kommentare vorwegzunehmen. Hey, den gibt es doch schon ewig zum Download als Mod. Ja, ich weiß, aber das ist theoretisch illegal. Was ihr damit macht, ist mir relativ, ich kann es eh nicht verhindern. Link zum Kaufen ist aber trotzdem in der Beschreibung, falls ihr mir, Giants, mir und Giants in dem Falle den Gefallen tun wollt. Ja, das soll es in dem Sinne gewesen sein. Ich danke für die Aufmerksamkeit, danke fürs Zuhören, danke fürs Zuschauen. Denkt noch ans Däumchen, falls noch nicht getan. Ich wünsche euch wunderhübschen Menschen ein wundervolles Wochenende. Und dann hören wir uns nächste Woche Freitag an der gleichen Stelle wieder, wenn die nächsten Factsheet rauskommen. Ich bin damit erstmal raus. Tschüssi Kowski. Tschüssi Kowski. Tschüssi Kowski.